Hey, was geht ab? Ignaz hier und heute zeige ich dir, wie du auf Digistore24 dein eigenes erstes Produkt anlegen kannst. Heißt, egal ob du einen Online-Kurs hast, den du vertreiben willst, egal ob du einen E-Book hast oder vielleicht auch einen Mitgliederbereich, wo man monatlich ein Abonnement zahlt. All das geht mit Digistore24 und das zeige ich dir in diesem Video. Falls du noch neu auf meinem Kanal bist, mein Name ist Ignaz und regelmäßig veröffentliche ich neue Videos zum Thema, wie man Online-Geld verdienen kann. Dazu gehört halt eben auch, dass man sich mit Digistore24 auskennt. Lass dich bitte auch heute nicht davon täuschen, dass ich hier nur mit Tanktop sitze. Es ist einfach brutal warm hier drin. Und wenn du in Zukunft noch Videos von mir sehen willst, geh auf jeden Fall sicher, dass du einmal den Kanal abonnierst und auf die Glocke drückst, damit du auch kein Video mehr verpasst. Jetzt entführe ich dich einmal hier auf dem Desktop, weil dann geht es auch schon los. So, wir sind jetzt hier in Digistore24 eingeloggt. Ich bin jetzt, wenn du eingeloggt, wenn du nicht weißt, wie das Ganze mit der Anmeldung geht. Dazu habe ich auch schon mal Videos erstellt. Einfach ein bisschen auf meinem Kanal umgucken. Dann klickst du hier bitte einmal auf Konto und auf Produkt, damit du dein erstes digitales Produkt anlegen kannst. Dann hier auf Produkt hinzufügen klicken und hier deinen Produktnamen eingeben. So, sagen wir mal, du hast irgendein E-Book oder einen Online-Kurs, was auch immer. Den Namen fügst du hier einmal ein. Ja, ich schreibe jetzt einfach mal Produktname, wählst du hier einmal die Sprache aus, höchstwahrscheinlich Deutsch. Dann den Produktnamen für den Käufer heißt, falls du irgendwas Perverses vorhast, so kleiner Schlingel, dann wählst du am besten hier irgendeinen Namen, der dann auch später im Bestellformular und in der E-Mail und auch auf der Rechnung angezeigt wird. Ja, falls du also irgendwie S***-Spielzeug verkaufst oder so, wäre schon toll, dass der Name später auf der Rechnung auch nicht auftaucht. So, dann Produkttyp, wenn es halt ein Online-Kurs ist, dann bitte einmal Mitgliederbereich auswählen. Wenn es ein E-Book ist, dann halt E-Book, Software, Hörbuch und so weiter und so fort. Falls du halt S***-Spielzeug verkaufst, klickst du auf Versandprodukt und ich bleibe jetzt hier mal einfach beim Mitgliederbereich. Dann Produktgruppe musst du nicht unbedingt aussuchen, Notiz und Tech brauchst du in der Regel eigentlich auch nicht. Dann kannst du dir die Affiliate-Provision aussuchen. Ich würde immer mit mindestens 30% anfangen, kannst auch mehr als 30% nehmen, können auch 50% sein. Aber ich bleibe jetzt hier mal einfach bei 50-50, also 50%, damit auch die Affiliates später einen Ansporn haben, deine Produkte zu bewerben. Dann kannst du hier auch aussuchen, ob die Affiliate-Partnerschaften automatisch akzeptiert werden sollen oder ob du erstmal gucken willst, dass der Traffic, der zu deiner Verkaufsseite geleitet wird, auch, sag ich mal, warmer oder sogar heißer Traffic ist. Ja, oder mit anderen Worten, damit du auch Affiliates mit ins Boot holst, die wissen, was sie tun und nicht irgendwelche komplett Neuanfänger, die dann vielleicht deine Conversion auf deiner Verkaufsseite so ein bisschen versauen. Dann kannst du auch auf Nein klicken und dann musst du immer die Affiliates selber bestätigen. Dann hier einmal die Verkaufsseite einfügen, falls du also schon eine Learning-Page hast, eine Verkaufsseite erstellt hast, die bitte einmal einfügen. Die muss dann auch wirklich schon erstellt sein, wie du hier sehen kannst an dem Sternchen, damit du das Produkt dann hier auch erstellen kannst, auf Diggisdorf24. Upsell-Seite, falls du noch keine Upsell hast, gar kein Problem, muss nicht sein. Danke-Seite ist im Prinzip ziemlich schnell und leicht erstellt. Eine Website hast du wahrscheinlich schon, ich zeige dir einfach mal meine Danke-Seite. Hier ist meine Danke-Seite und was unbedingt drinstehen muss in der Danke-Seite ist halt, dass die Abbuchung durch Diggisdorf24 erfolgt und dann kannst du natürlich auch nochmal dazu schreiben, wie der Käufer dann auch später den Inhalt zum Kurs oder zum E-Book erhält. Das kann hier mit rein, was aber unbedingt mit rein muss oder eigentlich fast schon das einzige Kriterium ist halt, die Abbuchung erfolgt durch Diggisdorf24.com. Das ist das Wichtigste, was auf der Danke-Seite drauf sein muss. Falls du keine WordPress-Seite hast, keine eigene Website, keine Danke-Seite erstellen kannst, kein Nichts, kannst du es auch weglassen, denn Diggisdorf24 hat auch eine Standard-Danke-Seite, die kann im Prinzip auch genutzt werden. Kann also erstmal weggelassen werden. Zweite Danke-Seite brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das kann auch erstmal so bleiben. Das hier belässt du auch bei Nein. Das hier belässt du auch ganz normal bei Aktiv. Dann was Standard-Affiliate angeht, da rate ich dir immer, wenn du auch natürlich bei Diggisdorf24 ein eigenes Affiliate-Konto hast, füge hier deinen Namen ein. Weil falls mal irgendwie was ein bisschen durcheinander kommen sollte und der Affiliate, dem du den Kauf zu verdanken hast, in Anführungszeichen so ein bisschen Mist gebaut hat und eigentlich gar nicht richtig getrackt werden kann, dann macht es auf jeden Fall Sinn, hier als Standard-Affiliate deine ID einzutragen. Und hier bei der Rechnung ist der Standard halt eben der Produktname, den du hier oben eingefügt hast. Und wie gesagt, wenn du irgendein Spielzeug verkaufst oder so, dann am besten den Produktnamen von hier, hier unten nochmal einfügen, dass auf der Rechnung auch was anderes angezeigt wird. Ansonsten, wenn du nichts Seltsames verkaufst, kannst du auch den normalen Produktnamen hier einfügen beziehungsweise das Feld dann auch leer lassen. Hersteller-Logo brauchst du nicht unbedingt, kannst du erstmal weglassen zu Beginn. Hierbei als Standard-Festling kannst du auch erstmal auf Nein lassen. Was hier Upgrades und Downgrades und Upsells und so weiter angeht, braucht hier alles erstmal nicht zu interessieren. Soll er da wirklich dein allererst Produkt sein, dann müssen wir jetzt nicht zu fancy werden. Falls es ein Produkt ist, bei dem du nur eine begrenzte Anzahl verkaufen willst, aus welchem Grund auch immer, kannst du das hier einmal einfügen und die Anzahl begrenzen. Falls nicht, falls du willst, dass es unendlich verkauft wird, bleibst du halt hier bei Nein. Das hier belässt du bitte einmal bei Eins und der Rest hier, der kann eigentlich auch so bleiben im Endeffekt. Dann drückst du auf Speichern und dann merke ich gerade, dass mir die Verkaufsseite fehlt. Deswegen nehme ich einfach mal die Verkaufsseite hier, klicke dann auf Speichern und dann gehen wir einmal zum Bestellformular rüber. Hier füge ich einfach bitte das Produktbild ein, falls du noch kein Produktbild hast. Geh einfach auf Fiverr, lass dir von einem Designer für maximal um die 30 Euro ein Produktbild erstellen. Ja, ist wirklich ganz easy. Dann fügst du hier einmal die Produktbeschreibung rein, kannst da auch schön Formate nutzen, die Überschriften ändern, die Farben ändern und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht unbedingt großartig darauf eingehen, was genau da reingeschrieben werden soll. Das überlasse ich dir. Du bist ein kluger Kopf, du kriegst das hin. Genau das gleiche gilt hier für die Bestellbestätigungsseite. So, Supportkontakt, da gibst du einmal bitte deine E-Mail-Adresse ein. Und hier bei Nutzungshinweise am besten auch nochmal genau dasselbe, was auf der Danke-Seite draufsteht, wie der Käufer dann später auch zu deinem Produkt gelangt. Ja, das einmal bitte alle einfügen. Und hier beim Bestellformular, wenn wir weiter runter gehen, dann bitte einmal auf Bestellformular bearbeiten drücken. Dann kannst du das Bestellformular auch benennen. Wenn du das Ganze zu Anfang nicht zu kompliziert halten willst, dann bleibst du beim Layout einfach bei Standard und behältst das Ganze hier eigentlich auch bei den Standard-Einstellungen und klickst dann einfach auf Speichern. Wenn du deine Bestellformulare so ein bisschen anpassen willst, dann kannst du hier beim Reiter Konto und Bestellformular, also könntest du auch so machen, Konto und Bestellformulare, kannst du hier auch Responsive Bestellformular einrichten, klassisches Bestellformular und Multi-Step-Order-Box, heißt es sind dann meist drei Boxen, wo erstmal ein Name und so weiter angegeben wird, wo man den Käufer eigentlich mit Baby-Steps zum Verkauf heranführt. Da einfach wirklich ein bisschen mit rumspielen, sonst würde das den Rahmen dieses Videos ja komplett sprengen und dann hier das Ganze auch dann einmal einfügen, ja. Und zu Beginn kannst du wirklich mit dem Standard-Formular anfangen, was dir Digistop24 zur Verfügung gestellt. Reicht erstmal aus. Social Proof Bubble, richtig geiles Werkzeug, da kannst du einmal hier auf Social Proof Bubble bearbeiten klicken, kannst hier die Produkte auswählen, die das Ganze dann haben soll. Vielleicht nochmal kurz erklärt, wenn du nicht weißt, was eine Social Proof Bubble ist. Auf deiner Verkaufsseite, meist unten links, wird dann angezeigt, dass in den letzten so und zu vier Stunden, Tagen oder Wochen, dein Produkt schon von Person XYZ gekauft wurde. Auf die Art und Weise kannst du dann deine Conversion Rate auf deiner Verkaufsseite auch nochmal erhöhen, weil das Ganze natürlich Social Proof zeigt und der potenzielle Käufer sieht, aha, okay, alles klar. Dieses Produkt haben auch schon andere Leute gekauft, also gehe ich kein Risiko ein, wenn ich das auch tue. Das Ganze kannst du hier einmal einstellen und ich würde dir eigentlich gar nicht so genau zeigen, wie du das am besten einstellst, sondern, was viel wichtiger ist, wie du das Ganze dann auch später auf deiner Verkaufsseite einfügst, falls du GetResponse nutzt für deine Landingpage beziehungsweise für deine Verkaufsseite. Dann einfach hier, dann einfach das Ganze hier reinkopieren in deine Landingpage mit dem Scriptcode, der rechts ganz unten einmal aufgezeigt wird. Oder ich zeige das einfach nochmal ganz kurz, Moment. So, also wenn du hier auf GetResponse drin bist und falls du mit GetResponse deine Landingpage erstellen solltest, beziehungsweise in der Verkaufsseite, dann einfach hier dieses Tool nehmen, einmal einfügen, beziehungsweise reinziehen, den Code hier einmal nehmen, kopieren, strgc, hier strgv reinfügen, auf Speichern drücken, dann hier auf Speichern und Beenden drücken und fertig. Dann ist die Social Proof Bubble da auch gleich mit drin. Falls du irgendwie Digimember nutzen solltest auf deiner WordPress-Seite, kannst du auch einfach hier diesen Code nutzen. Geht auch. Klickst da dementsprechend auf Speichern und kannst dann halt eben hier die Social Proof Bubble einfügen. Dann hier, was die Checkbox für Newsletter angeht, belasse ich erst mal auf Nein, weil es geht um eine Verkaufsseite, es geht ja nicht um eine Seite, wo du Leads einsammelst. Dann kannst du hier auch ein Stück nach der Anschrift gefragt werden soll, wie es hier mit der Telefonnummer aussieht. Da sage ich immer meist Nein. Das ist für mich auch kein Pflichtfeld. Falls du natürlich irgendwie dann auch später deine Kunden irgendwie anrufen willst und über das Telefon noch High-Ticket-Produkte verkaufen willst, dann wäre es vielleicht schon nützlich, dass da auch die Telefonnummer eingetragen wird. Nur mach dir natürlich auch bewusst, desto mehr du abfragst, desto geringer wird auch die Conversion Rate später. Also desto weniger Verkäufer hast du später. Das auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten. Dann hier, was Anrede angeht und was hier vorausgewählte Anrede angeht, das überlasse ich alles dir, wie du das gerne einmal eintragen willst. Gutscheineingaben würde ich nicht verstecken, das belasse ich bei Nein. Produktbezeichnung soll auch auf dem Kontoauszug zu sehen sein. Und dann kannst du hier noch gucken, okay, würdest du das die Suchmaschine, also Google in dem Fall, das Verkaufsformular auch listen oder nicht? Ich würde dir empfehlen, dass es nicht gelistet wird, weil das ansonsten, ja, die Conversion Rate so ein bisschen durcheinander bringt. Dann klickst du einmal auf Speichern und nach dem Bestellformular ist das Letzte, was man eigentlich noch eintragen muss, einmal die Zahlungspläne. Da wählen wir natürlich einmal Euro aus und dann kannst du gucken, okay, würdest du Bruttopreise angezeigt werden mit der Mehrwertsteuer oder Nettopreise, wo dann die Mehrwertsteuer nochmal draufkommt. Ich persönlich bin so ein Fan von den Bruttopreisen, weil dann sieht man, wie der Bruttopreis und die Mehrwertsteuer zusammengerechnet ist und am Ende da ein Preis steht. Ja, sagen wir mal, dein Verkaufspreis wäre 49 Euro für ein E-Book zum Beispiel. Beim Bruttopreis steht dann, dementsprechend wäre das 39,69 Euro. Dann kommen nochmal die Mehrwertsteuer oben drauf und dann hast du die 49 Euro, die angezeigt werden. Ja, wenn du das mit dem Nettopreis machst, dann sind es 49 Euro Verkaufspreis und dazu kommt dann nochmal die Mehrwertsteuer oben drauf. Also zahlt der Kunde am Ende mehr als 49 Euro. Deswegen entscheide ich mich immer gern für den Bruttopreis, verwirrte den Kunden auch ein bisschen weniger. Hier kannst du dann nochmal entscheiden, ob die Mehrwertsteuer auf dem Bestellformular angezeigt werden soll oder nicht. Klickt einmal gern auf Ja. Dann Bezahlmethode. Hier ein guter Tipp von mir. Bitte nicht das SEPA-Lachschriftmandat auswählen. Ja, mach den Dreck gleich weg. Das ist einfach wirklich nur ein Tipp von mir. Ist mir aufgefallen, wenn ich SEPA-Lachschriftmandat mit drinne lasse, dann habe ich am Ende irgendwelche Kunden, die nicht mal verstehen, wie man das Produkt richtig nutzt und nicht mal verstehen, dass das Ganze digital ist, obwohl ich es überall niedergeschrieben habe. Und diese Kopfschmerzen versuche ich dir gerade zu ersparen. Deswegen nimm das hier bei Lachschriftmandat einfach weg. Dann hier bei der Bezahlweise einfach auf Nein belassen. Und bei Überschrift für die Zahlungspläne kannst du zum Beispiel schreiben, wählen sie aus zwischen Einmalzahlung oder Ratenzahlung. Ja, wählen sie zwischen Einmalzahlung und Ratenzahlung aus. Wie auch immer du es machen willst, denn ich empfehle dir einmal eine Einmalzahlung zu erstellen als Zahlungsplan und ein bis zwei Ratenzahlungspläne. So, da dann einfach auf Speichern drücken. Das ist nämlich die Grundeinstellung für die ganzen Zahlungspläne. Und hier unten kannst du auch die einzelnen Zahlungspläne hinzufügen. Nehmen wir mal jetzt als Beispiel eine Einmalzahlung. Ja, 49 Euro. Ist nur ein Beispiel. Mengenrabatt gibt es dann nicht. Zu Beginn kannst du das Ganze erstmal drinnen lassen. Wenn du später irgendwelche Upsells auch erstellst, dann bleibt dieser Zahlungsplan am besten nur für, na, kriege ich es heute noch hin. So, nur für den Initialverkauf und nicht für die Upsells oder Upgrades oder für alle Käufe. Und wenn du willst, kannst du auch eigene Text hier noch angeben, muss aber nicht unbedingt sein. Klickst dann auf, wenn ich alles richtig gemacht habe. Ja, einmal auf Zahlungsplan hinzufügen. Dann ist das hier einmal erstellt. Das war schon einmal testweise erstellt. Das lösch ich nochmal kurz. Und dann machen wir hier nochmal eine Ratenzahlung. Ich empfehle dir, zwei Pläne zu machen. Also zum Beispiel zwei Monate und drei Monate. oder drei Monate und sechs Monate. Oder vier Monate. Über sechs Monate würde ich nicht unbedingt hinausgehen. Das wäre ein bisschen over the top. Nehmen wir als Beispiel hier zwei Monatsraten. Die erste für 20 Euro. Die zweite dann für, machen wir mal 30 Euro draus. Sodass man bei 50 Euro ist. Oder noch besser 35 Euro. Denn du willst, dass die Option Einmalzahlung viel attraktiver ist, als die Ratenzahlung. Ja, die Ratenzahlung, auf wie viele Monate auch immer du sie strecken willst, immer ein bisschen teurer behalten, als die Einmalzahlung. Sodass sich der potenzielle Kunde auch für die Einmalzahlung entscheidet. Wenn du natürlich irgendeine Software oder irgendwas anbietest, oder im Mitgliederbereich, wo man ein Abonnement für zahlt, dann natürlich hier auch Abonnement auswählen. Und hier kannst du dann auch entscheiden, okay, soll es zum Beispiel, weiß nicht, für sieben Tage oder für 30 Tage eine Testphase geben, wo erstmal nicht für gezahlt wird. Oder würdest du das von Anfang an Geld gezahlt wird, indem du keine Testphase auswählst. Das alles kannst du selber entscheiden. Das kriegst du hin, du bist schlau genug, Zahlungsplan hinzufügen. Und wenn du die Eigenschaften fertig hast, wenn du Bestellformular fertig hast und die Zahlungspläne fertig hast, dann sind das eigentlich schon die drei Schritte, die du machen musst, um das Produkt anzulegen, um das Ganze dann abzuschließen. Einmal hier wieder auf Produkte klicken und hier bei dem Produkt, ganz, ganz wichtig, bevor du die Genehmigung hier beantragst, ja, ich klicke mal kurz drauf, steht ja hier auch, dass du einen Testkauf gemacht haben solltest. Dafür einmal hier auf diesen Einkaufswagen drücken, um den Testkauf durchzuführen. Du wirst dann zur Verkaufs, Quatsch, du wirst dann zum Bestellformular weitergeleitet, Bestellformular siehst du hier und da guckst du, ob alles richtig ist, ob alles so dargestellt wird, wie du es haben willst und dann klickst du hier mal auf Testzahlung durchführen beziehungsweise auf Testzahlung und wenn du das gemacht hast, wenn du Testzahlung fertig hast und alles korrekt abläuft, dann kannst du hier einmal die Genehmigung beantragen, insofern natürlich diese ganzen Kriterien hier von dir auch erfüllt sind. Wenn ja, überall einmal das Häkchen machen und dann auf OK drücken und dann wird es innerhalb von, ich sag mal, zwei, drei Tagen, vielleicht auch mal eine Woche, dann auch genehmigt. Und das war es auch schon mit dem Video. Das ist alles, was du wissen musst, um ein Produkt bei Digistore24 anzulegen. Wenn du noch Fragen an mich hast, zum Beispiel die Frage, okay, ich habe das Produkt jetzt angelegt, aber wie kann ich dann zum Beispiel den Mitgliederbereich erstellen? Dann einfach die Fragen unten gerne in den Kommentarbereich posten. Ich werde sie entweder beantworten, indem ich die Antwort schreibe oder halt auch hier so ein Video erstelle. Und wenn du noch mehr darüber lernen willst, wie man online Geld verdienen kann und sich ein Online-Business aufbaut, dann schau dir unten auch den Link in der Beschreibung an. Dort findest du kostenlos die E-Book-Version meines Buches Rise of the Online Entrepreneur, der Online-Business-Crash-Course für Anfänger. Einfach draufklicken, kannst du dir jetzt völlig kostenlos runterladen, das Ding. Und hier geht es jetzt auch irgendwo weiter zu meinen nächsten Videos. Ich hoffe, du hinterlasst mir ein Like und ein Abo. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, hau rein.